Whitney Houston, eine Koryphäe nicht nur im Gesang, sondern auch eine angesehene Persönlichkeit im Bereich der Popmusik, prägt ihren Namen als eine der am meisten verehrten Künstlerinnen der Geschichte. Während die Fans sie verehrten, verbarg der Wandteppich ihres Lebens Erzählungen von Kummer und Kontroversen, die sich von ihren frühen Jahren bis zu ihrem vorzeitigen Abgang entfalteten. Hier enthüllen sich ergreifende Enthüllungen über Whitney Houston, die Monarchin des Pop. Seit Beginn ihrer Existenz war Whitney Houston von der Aura einflussreicher Musiker umgeben. Ihre Mutter, Sissy Houston, eine Gospelsängerin, hatte familiäre Bindungen zu Dionne Warwick, bekannt für I Say A Little Prayer, und ihrer Patton Darlene Love. Darüber hinaus übernahm Aretha Franklin die Rolle ihrer Ehrentante. Obwohl er eine Karriere als Lehrer oder Tierarzt anstrebte, war Houston in seiner Abstammung praktisch ein Schicksal im Bereich der Musik bestimmt. Houston, das von Kindesbeinen an einer Diva glich, zeigte sich als ruheloser Säugling, der dazu neigte, die Decke abzuwerfen, wenn er ins Bett gebracht wurde. Von ihrem Vater liebevoll Nippy genannt, verstärkte sich ihre rebellische Ader mit der Zeit. Ihr Pastor verlieh ihr den Spitznamen illegal, was ihre Neigung symbolisiert, sich über Konventionen hinwegzusetzen. Geboren und aufgewachsen in Newark, New Jersey, erfolgte der Familienauszug aus der einst ruhigen Stadt, als Houston gerade einmal vier Jahre alt war. Die Unruhen von 1967, die durch eine Auseinandersetzung der Polizei mit einem örtlichen Taxifahrer ausgelöst wurden, lösten ein Chaos aus, das von Märschen, Plünderungen und Zerstörung geprägt war. Auf der Suche nach Zuflucht zog die Familie Houston nach East Orange, wo Whitney aufwuchs. Religion spielte in den prägenden Jahren Haustons eine zentrale Rolle. Die Kirche diente ihr als erstes künstlerisches Betätigungsfeld, wo sie nicht nur ihre Fähigkeiten verfeinerte, sondern sich auch für ein junges Mädchen in unkonventionelle Bereiche vorwagte. Während sie ihre Mutter auf Tournee begleitete, besuchte sie häufig Nachtclubs und stand gelegentlich neben Sissy auf der Bühne. Houston nutzte ihr Wissen über die Umgangssprache von Männern aus erster Hand, dass sie sich durch das Aufwachsen mit zwei Brüdern angeeignet hatte und stellte potenzielle Bewerber vor gewaltige Herausforderungen. Sie war sich ihrer Gespräche hinter verschlossenen Türen bewusst und hinterfragte deren Authentizität und Absichten. Während sie ihre Karriere unterstützte, machte Haustons älterer Bruder Michael sie mit der dunkleren Seite ihrer Beziehung vertraut, indem er sie in den Drogenkonsum einführte. Trotz der gemeinsamen Unternehmungen hinterließen die Schatten, die ihre gemeinsamen Aktivitäten warfen, einen unauslöschlichen Eindruck bei Whitney. Im Jahr 1980 lernte Houston während ihrer Tätigkeit als Camp-Betreuerin Robin Crawford kennen, eine transformierende Figur in ihrem Leben. Crawford verband sich über gemeinsame Hintergründe und Erfahrungen und übernahm eine beschützende Rolle, die Haustons lebenlang anhielt und gelegentlich Gerüchte über die Art ihrer Beziehung auslöste. Houston kämpfte Anfang der 80er Jahre mit der Dunkelheit, bis eine entscheidende Nacht ihre Laufbahn veränderte. Ein A&R-Vertreter war von ihrem Talent fasziniert und überredete Clive Davis, den Chef von Arista Records, ihren Auftritt in einem Club zu sehen. Diese Begegnung führte zu einem weltweiten Plattenvertrag, der einem Märchen ähnelte, obwohl es keinen glückseligen Abschluss gab. Ihr Debütalbum Whitney Houston erntete Kritikerlob und produzierte mehrere Hits, doch Houston war als schwarze Künstlerin mit unsichtbaren Barrieren innerhalb der Musikindustrie konfrontiert. MTV lehnte zunächst eines ihrer Videos ab, musste sich dann aber dem überwältigenden Erfolg der darauf folgenden Singles beugen. Hinter den Kulissen arbeitete eine Gruppe erfahrener Musiker und Produzenten an Haustons Debütalbum zusammen. Inmitten der beruflichen Atmosphäre entstanden jedoch persönliche Verstrickungen. Bemerkenswert ist, dass Jermaine Jackson, ein prominenter Mitwirkender, von einer professionellen Zusammenarbeit zu einer romantischen Beziehung überging und damit einen Schatten auf Haustons aufkeimende R&B-Karriere warf. Houstons Liaison mit Jackson, die durch seinen Familienstand erschwert wurde, verlief über Monate hinweg im Verborgenen. Jacksons Weigerung, sich scheiden zu lassen, brach in Houston das Herz. Dennoch ging sie als Siegerin hervor, als ihr Album die Spitze der Charts erreichte und sie zu einer einflussreichen Persönlichkeit in der Musikindustrie machte. Der Ruhm, der unweigerlich mit einer genauen Prüfung einherging, führte dazu, dass Houston gnadenlose Boulevard-Spekulationen über ihr Privatleben auslöste. Gerüchte verbanden sie romantisch mit Robin Crawford, dem NFL-Spieler Randall Cunningham und dem Fernsehmoderator Arsenio Hall, wobei sie oft von der Wahrheit distanziert war. Seit Jahren kursieren hartnäckige Gerüchte um Houston und den Komiker Eddie Murphy. Obwohl das Duo ihre Beziehung nie bestätigte, heizten sie die Spekulationen durch anzügliche Handlungen an. Obwohl Houston auf ihrer 26. Geburtstagsfeier einen üppigen Diamantring von Murphy erhielt, behauptete sie, sie seien Freunde und schwankte in Interviews zwischen Verleugnung und Scherz. Whitney Houstons Leben, ein Geflecht voller Erfolge und Schwierigkeiten, hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Musikindustrie. Ihre beharrliche Reise durchbrach Barrieren und ebnete den Weg für nachfolgende Künstler. Der Glanz des Rums unterwarf sie jedoch einer unerbittlichen Prüfung und beschritt einen turbulenten Weg, auf dem die Wahrheit oft sensationellen Schlagzeilen entging. Es überrascht nicht, dass Houstons zweites Album großen Erfolg hatte, doch sie musste sofort heftige Gegenreaktionen hinnehmen. Fans und Kritiker warfen ihr vor, dass sie sich an ein überwiegend weißes Publikum ausverkauft habe, was in einem grausamen Vorfall bei den Soul Train Awards 1989 gipfelte. Als ihr Name für eine Auszeichnung bekannt gegeben wurde, brach eine Karkophonie von Burufen aus dem Publikum aus, die Houston emotionale Wunden zufügte und einen entscheidenden Moment markierte. Bei derselben Preisverleihung lernte Houston den R&B-Sänger Barbie Brown kennen. Ihre Verbindung kam schnell zustande und löste eine stürmische Romanze aus. Allerdings hatte Brown eine beunruhigende und schattige Vergangenheit hinter sich, in der er mit Banden verwickelt war, eine frühere Schießerei begangen hatte und im Alter von 22 Jahren drei Kinder hatte. Doch in seiner Erzählung steckte noch mehr. Ohne dass Houston während ihres Werbens mit Brown davon wusste, verbarg er ein erschreckendes Geheimnis. Brown hatte sich bereits einer anderen Frau verschrieben, Kim Ward, der Mutter eines seiner Kinder. Als Wood die Nachricht von Haustons und Browns Verlobung erfuhr, war sie im zweiten Monat schwanger und hatte ein weiteres Kind, das Brown gezeugt hatte. Die Enthüllung führte zu ihrer Trennung und ebnete Brown den Weg für eine Beziehung mit Houston. Im Vorfeld ihrer Hochzeit mit Barbie Brown flehte ein enger Freund, Eddie Murphy, Houston an, es sich noch einmal zu überlegen. Am Tag der Hochzeit drängte Murphy sie inbrünstig, die Ehe abzubrechen. Ob persönliche Gefühle oder Bedenken hinsichtlich Browns Charakter, die Gründe bleiben unbekannt. Trotz Murphy's Bitte führte Houston die Eheschließung fort. Während Brown in ihrer Gewerkschaft den bösen Jungen darstellte, hatte Houston eine heimliche dunkle Seite. Browns Memoiren enthüllten eine alarmierende Enthüllung, er stellte fest, dass Houston am Tag ihrer Hochzeit Drogen konsumierte. Ein schockierender Beginn einer turbulenten Beziehung. Inmitten einer glänzenden Karriere und einer hochkarätigen Ehe sah sich Houston steigenden Anforderungen ausgesetzt. Trotz vorheriger Ablehnung von Filmangeboten nahm sie die Hauptrolle in The Bodyguard an Regisseur Mick Jackson riet von Schauspielunterricht für eine natürliche Darbietung ab, doch diese Strategie ging fehl. Das Testpublikum empfand die Chemie zwischen Houston und seinem Co-Star Kevin Costner als unzureichend, was Jackson dazu veranlasste, den Film zu modifizieren und Howstons längere Sprechpartien zu streichen. Es gab Bedenken hinsichtlich der im Film dargestellten interrassischen Beziehung, was zu versuchen führte, sie herunterzuspielen. Howstons Anwesenheit wurde im Trailer marginaliert, was zu Kontroversen führte. Trotz gemischter Kritiken wurde The Bodyguard ein monumentaler Erfolg. Darry Paltons Song I Will Always Love You, der für den Film vorgeschlagen wurde, wurde zu einem Rekordhit, als er von Houston gekovert wurde und sogar Patong selbst in den Schatten stellte. Im Jahr 1993 fühlte sich Houston, die sich als Nummer 1 unter den Künstlerinnen etabliert hatte, in ihrer Position sicher. Diejenigen, die nach ihr debütierten, wie Mariah Carey, wurden mit Houston verglichen, was ihren anhaltenden Einfluss unterstreicht. Houston würdigte ihre bahnbrechende Rolle und erklärte, Jeder versucht, mir zu folgen. Aber ich bin seit 1985 hier draußen, also muss jeder, der kommt, hinter mir her sein. Der Preis des Ruhms wurde deutlich, als Houston einer verschärften Prüfung und Kritik ausgesetzt war. Eine Kritik, die sie besonders verärgerte, war die Wahrnehmung, dass es ihr an Sol oder Rhythmus mangelte. Was auf die Einfachheit ihrer von Pop durchdrungenen Musik zurückzuführen sei, einige schwarze Radiosender verzichteten sogar darauf, ihre Musik wegzulassen. Houston verteidigte vehement ihre rhythmischen Fähigkeiten, stellte die Vorstellung in Frage, dass Pop ausschließlich der weißen Domäne gehörte und durchbrach kompromisslos Barrieren. Houston war sich des Drucks und der Kontrolle, denen sie als schwarze Berühmtheit in Amerika ausgesetzt war, nicht bewusst während ihres Aufstiegs bevorzugten die Musikcharts überwiegend Rock. Was zu einer getrennten Musiklandschaft beitrug, während einige eine farbenblinde Perspektive befürworteten, erkannte Houston, dass ein Teil des weißen Amerikas sie in einer Beziehung mit einem weißen Partner sehen wollte. Die Heirat mit einem Schwarzen wurde in gewisser Weise zu einem Akt des Trotzes gegen die gesellschaftlichen Erwartungen und verstärkte ihr Bewusstsein dafür, dass die Gewerkschaft ihre Schwarzheit betonte. The Bodyguard markierte einen entscheidenden Wendepunkt in Haustons Karriere und steigerte ihre Popularität und Plattenverkäufe dieser Erfolg erregte jedoch Unmut bei ihrem eifersüchtigen Ehemann Barbie Brown, dem es an vergleichbarem Einfluss mangelte. Houston spürte einen Wandel bei Männern. Wenn eine Frau so berühmt wurde und es tauchten Berichte auf, dass die Spannung zu alarmierenden Übergriffen eskalierte. Brown gab die eheliche Untreue zu und enthüllte damit einen turbulenten Aspekt ihrer Beziehung. Trotz der Strapazen, die Haustons Erfolg mit sich brachte, begann mit der Geburt ihrer Tochter Barbie Christina Brown im März 2019 93 ein glanzvolles Kapitel. Das Paar hatte sich danach gesehnt, eine Familie zu gründen, und dieser Traum wurde Wirklichkeit. Nach der Geburt von Barbie Christina widmete sich Houston den mühsamen Proben für The Bodyguard World Tour. Die Tournee war von Kontroversen geprägt. Darunter Boulevard Gerüchte über Haustons Verspätung und eine Überdosis-Diätpille Houston ging auf der Bühne trotzig auf diese Gerüchte ein und ergriff sogar rechtliche Schritte gegen die Boulevard-Zeitung. Im Verlauf der Tour wurde Houston mit körperlichen und emotionalen Belastungen konfrontiert, die in einer herzzerreißenden Tragödie gipfelten, einer Fehlgeburt kurz nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft. Berühmtheit zieht oft obsessive Fans an, und Houston bildete da keine Ausnahme. Ein hartnäckiger Bewunderer, der sich als ihr Seelenbruder ausgab, rief unaufhörlich in ihrem Büro an. Beim Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden stellte sich heraus, dass er Schusswaffen und eine Armbrust besaß, was zu seiner Festnahme führte. Mitte der 90er-Jahre festigte Houston ihren A-List-Status mit weiteren Hits und gefeierten Filmauftritten, insbesondere in Waiting to Exhale. Im Jahr 1996 stand sie vor einer erneuten Schwangerschaft und äußerte Angst vor einer erneuten Fehlgeburt. Leider erfüllten sich ihre Befürchtungen, was zu einem weiteren verheerenden Verlust führte. Inmitten persönlicher Probleme erregten Barbie Browns rechtliche Probleme öffentliche Aufmerksamkeit und bildeten einen starken Kontrast zu Haustons Auftritten in familienfreundlichen Projekten wie The Preacher's Wife. Trotz ihrer Erfolge waren die späten 90er-Jahre für Houston eine herausfordernde Zeit. In den späten 90ern erzielte Houston weitere Karriereerfolge und trug zu einem Greatest-Hits-Album bei, aus dem unerwartet ein neues Album hervorging, My Love is Your Love. Das Jahr 20.0 nährte sich optimistisch, doch das folgende Jahrzehnt entwickelte sich zu einem brutalen Kapitel in Haustons Leben. Der Wendepunkt begann mit der Tournee zu My Love is Your Love im Jahr 1999, bei der Haustons Verhalten Spekulationen über Drogenkonsum und Eheprobleme auslöste. Boulevardzeitungen griffen negative Narrative auf und im Jahr 20.0 geriet sie wegen eines geringfügigen Drogenvorfalls auf einem Flughafen in rechtliche Schwierigkeiten. Dies markierte den Beginn einer Ära anhaltender negativer Aufmerksamkeit. Nachdem Houston weltweit an Popularität und Umsatz gewonnen hatte, äußerte er in einem Interview im Jahr 20.0 den Wunsch nach einem einfacheren Leben. Sie stellte sich vor, Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen, anstatt geschäftlichen Unternehmungen nachzugehen. Houston und Bobby Brown, einst ein hochkarätiges Paar, trafen Mitte der 2000er Jahre den Dalai Lama. Bis zum Jahr 20.0 behielt Houston seinen Status auf der A-Liste, während Browns Karriere nachließ, nachdem er seit 1992 keinen Top-40-Hit mehr produziert hatte. Ihre Wege gingen auseinander und spiegelten die gegensätzlichen Verläufe ihrer individuellen Karrieren wieder. Als das Paar 20.0 dem Dalai Lama begegnete, erkannte er Whitney Houston an, aber Bobby Brown musste klarstellen, dass er ihr Ehemann war und dass seine eigene schwindende Karriere keinen ausreichenden Einfluss hatte. Ein wirklich ergreifender Moment. Anhaltende Mediengerüchte zielten Mitte der 2000er Jahre oft auf Haustonsgewicht ab und spekulierten über Essstörungen oder Substanzkonsum. Houston wies diese Behauptungen in einem Interview aus dem Jahr 20.0 zurück und führte ihre dünne Statur hauptsächlich auf Stress zurück, was die Angewohnheit offenbarte, in schwierigen Zeiten Mahlzeiten auszulassen. Haustons Drogenkonsum entwickelte sich Mitte der 2000er Jahre vom gelegentlichen zum Suchtkonsum und erregte die Aufmerksamkeit der Paparazzi. Da er jeden Aspekt ihres Lebens durchdrang, Houston leugnete ihre Probleme und schien auch Browns gewalttätige Tendenzen zu leugnen. Dennoch reagierten die Strafverfolgungsbehörden auf einen Notruf im Jahr 20.3 und stellten fest, dass Houston Gesichtsverletzungen aufwies. Brown wurde angeklagt, aber das Paar verließ das Gericht scheinbar vereint und wurde von einem Freund als WMR und Mrs. Smith beschrieben. Im Jahr 20.5 initiierte Barbie Brown eine Reality-TV-Serie mit dem Titel Being Barbie Brown, in der er die dunkleren Aspekte ihrer Ehe enthüllte, die von Drogenkonsum und Streitereien auf der Leinwand geprägt war. Trotz des anfänglichen Erfolgs distanzierte sich Houston von der Kamera, was zum Abbruch der Show führte. Kritiker hielten es für die ekelhafteste und abscheulichste Serie, die jemals ins Fernsehen gelangt ist. Der emotionale Aufruhr in Haustuns Leben wurde in der Serie deutlich. Ihre enge Beziehung zu ihren Eltern wurde nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 20.3 noch stärker belastet, was zu emotionalen Zusammenbrüchen in der Serie führte. Barbie Christina, Haustuns Tochter, wurde Zeugin der herausfordernden Jahre des Substanzkonsums ihrer Mutter und übernahm zeitweise die Rolle der Betreuerin. Während der Besuche erlebte die Familie Unordnung und fand den Wohnraum des Paares in verwahrlostem Zustand vor, der als Schlafzimmer eines Junkies beschrieben wurde. Trotz ihrer öffentlichen Einigkeit schockierte Houston viele, als es Ende 20.6 die Scheidung von Barbie Brown einreichte. Die Scheidung wurde 20.7 vollzogen, wodurch Houston das Sorgerecht für Bobby Christina ohne Unterhaltsverpflichtungen der Ehegatten erhielt. Im Jahr 20.9, nach Jahren des Schweigens, erzählte Houston Oprah von ihren Problemen. Sie gab den Drogenkonsum zu und schilderte detailliert einen Reha-Aufenthalt, den ihre Mutter nach einem beunruhigenden Vorfall bei ihr Zuhause eingeleitet hatte. Trotz gelegentlicher Versuche, nüchtern zu bleiben, stand Houston vor anhaltenden Herausforderungen. Tragischerweise wurde Houston am 11. Februar 2020 12 bewusstlos in der Badewanne ihrer Hotelsuite aufgefunden. Bemühungen, sie wieder zu beleben, erwiesen sich als erfolglos und die Welt trauerte um ihren Tod im Alter von 48 Jahren. Davis veranstaltete an diesem Abend im selben Hotel eine Party vor der Grammy-Verleihung und erntete Kritik für die Entscheidung. Auch Barbie Brown trauerte, erfüllte aber an diesem Abend einen geplanten Auftritt. Die Strafverfolgungsbehörden schlossen ein Verbrechen aus und eine Autopsie bestätigte später Haustons versehentlichen Tod und führte ihn auf Ertrinken und die kombinierten Auswirkungen einer atherosklerotischen Herzkrankheit und Substanzkonsums zurück. Mitten in der Dämmerung von Haustons Karriere stellten sowohl Enthusiasten als auch diejenigen in ihrem engeren Kreis eine Veränderung in ihrer stimmlichen Resonanz fest die Obduktionsbefunde ergaben, dass Houston mit einem leichten Emphysem zu kämpfen hatte, einem Zustand, der durch eine Lungenentzündung gekennzeichnet ist, was auf einen Zusammenhang mit ihren Rauchgewohnheiten schließen lässt. Bedauerlicherweise blieb Houston auch nach Abschluss der Ermittlungen zu ihrem Tod durch die Strafverfolgungsbehörden ein wiederkehrendes Thema in den Nachrichten. Kurz darauf veranstaltete die Familie Houston ein umfangreiches Denkmal für Whitney. Kevin Kastner, ihr Co-Star aus The Bodyguard, hielt eine ergreifende Laudatio und eine Reihe enger Mitarbeiter würdigten die Musik musikalisch. Ein sichtlich verzweifelter Bobby Brown erschien kurz und verließ den Gottesdienst kurz nach Beginn des Gottesdienstes. Der Untergang von Houston hinterließ bei ihren Freunden und ihrer Familie unauslöschliche Spuren und hatte besonders verheerende Auswirkungen auf ihre Tochter Bobby Christina. In untrüstlicher Trauer versunken, erreichte Bobby Christinas Kummer ein solches Ausmaß, dass Familienangehörige einen Arzt aufsuchten und sie in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten. Nach dem Tod ihrer Mutter zog Bobby Christina in die Wohnung einer Tante und eines Onkels. Nach Houston's Untergang im Februar 2020 12 verbreitete sich in der digitalen Welt ein beunruhigendes Gerücht über Bobby Brown. Die unbestätigte Behauptung deutete darauf hin, dass Brown sich das Leben genommen hatte und seinen irdischen Aufenthalt mit einer Notiz mit der Aufschrift Zwei können bei diesem Spiel mitmachen abschloss. Tatsächlich mangelte es dem Gerücht an Glaubwürdigkeit, die Kontroverse um Haustons Untergang hielt jedoch an. Gerüchten zufolge hatte Houston in ihren letzten Lebensjahren eine romantische Beziehung zu Ray J, dem jüngeren Geschwister ihres Vertrauten und Mitarbeiters Brende. Besonders bekannt wurde Ray J durch ein intimes Video mit seiner damaligen Partnerin Kim Kardashian im Jahr 2003. Als Houston verstarb, war er Berichten zufolge am Boden zerstört über den Verlust. Whitney Houston wohnte 2011 vorübergehend in einer gemieteten Wohnung in Kalifornien. Nach ihrem Tod stieß ein ehemaliger Vermieter auf eine von Houston zurückgelassene Bibel. Über den göttlichen Text hinaus enthielt die Bibel Haustons Anmerkungen, die Themen von ihrem ehemaligen Partner bis zu ihrer Tochter umfassten. Die am 7. Juni entdeckte Bibel wurde anschließend über das Auktionshaus-Moment in Time versteigert, wobei der Startpreis bei 95.000 US-Dollar lag. Im Jahr 206 veröffentlichte Tina, Barbie Browns Schwester, Fotos, die den beklagenswerten Zustand von Haustons Wohnung während des Tiefpunkts ihrer Drogenprobleme festhielten. Die grausigen Bilder zeigten ungeheuliche Vernachlässigung mit verrottendem Essen, Bierfässern und verstreuten Zigarettenresten. Tina Brown behauptete, sie habe die Fotos mit der Absicht veröffentlicht, Houston dazu zu zwingen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, eine Entscheidung, die sie später bereute. Leider war es nicht der einzige Fall, in dem ausbeuterische Bilder Haustons Erzählung beeinflussten. Nach Haustons Tod verbreiteten Boulevardzeitungen durchgesickerte Bilder des Hotelzimmers, in dem sie ihre letzten Stunden verbrachte. Diese eindringlichen Fotos zeigten die Wanne, in der Houston starb, die feuchten Nachwirkungen der Wiederbeliebungsbemühungen der Sanitäter und die Überreste ihres letzten bestellten Zimmerservices, der sich unabsichtlich in ihre letzte Mahlzeit verwandelte. Die Quelle des Fotolegs bleibt unbekannt, war aber wahrscheinlich Teil der Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu Haustons Tod. Die Quelle des Fotolegs